In der neuen Saison der Fußball-Bundesliga zeigen Fujifilm und Fortuna Düsseldorf, wie gut Fußball und Fotografie miteinander harmonieren können. Der japanische Technologiekonzern mit Europasitz in Düsseldorf wird erstmals Partner des frischgebackenen Erstligisten. Fujifilm-Europachef Masato Yamamoto kam so in den Genuss einer kleinen Trainingseinheit zusammen mit Fortuna-Profi Takashi Usami auf dem heiligen Rasen der Spielarena. Sportarten wie Fußball ist es wichtig, ein Team zu sein. Das gleiche gilt auch für Unternehmen. Das sind unsere gemeinsamen Werte und deshalb freue ich mich sehr, dass wir Sponsor von Fortuna Düsseldorf werden. Etwas ganz Besonderes ist diese Kooperation auch für den japanischen A-Nationalspieler Takashi Usami. Er überreicht Herrn Yamamoto eine einzigartige Version des aktuellen Fortuna-Trikots. Ich kenne Fujifilm seit meiner Kindheit. Dass ich jetzt als Profispieler und bei diesem Verein das Unternehmen als Sponsor kennenlerne, ist eine große Ehre für mich. Eine besondere Freude war es für beide, dass das von Usami-san signierte Trikot im Rahmen der diesjährigen Fujifilm-Weihnachtsfeier bei einer Tombola verlost wird. Der Erlös daraus wird dem Düsseldorfer Kinderhospiz Regenbogenland zugutekommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017